Hallo Freunde, ich freue mich euch zu einer neuen Folge von Might & Magic Teil 8 begrüßen zu dürfen. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ein paar Sachen habe ich jetzt schon verkauft, das was ich gesagt habe, das was wir schon identifiziert hatten, was nichts wert war. Und ja, da haben wir noch weitere Sachen identifiziert. Das hier, das hier und das hier brauchen wir alles nicht hier. Ja, das hier, das würde ich gerne behalten. Ich muss jetzt selber, wie gesagt, ich habe alles noch nicht komplett fertig gemacht. So, der Rubin kann verkauft werden. Das ist eine Reagenz hier, das ist eine Reagenz hier. Das war langsamen Furchtverjagen kann verkauft werden, das brauchen wir glaube ich nicht. Die Reagenzchen behalten wir mal. Zumindest ein paar. Jagdbogen kann definitiv verkauft werden. Schicksal kann verkauft werden. Den hier will ich noch verzaubern irgendwann. Den hier weiß ich nicht, könnte sein, dass der auch zum Verzaubern noch langt. Trefferpunkte plus vier. Ich glaube, der kann auch verkauft werden. Ähm, die zwei Bücher müssen wir identifizieren. Der Ring, dann haben wir hier noch was, hier noch was, hier noch was. Schauen wir mal. Feuerresistenz kann weg. Das könnten wir gebrauchen. Die können wir versuchen zu zaubern. Der muss identifiziert werden, okay. Die weißen Tränke würde ich gerne behalten. Ich bin nämlich nicht sicher, dass man, oder besser gesagt, ich glaube, dass man aus weißen Tränken später schwarze Tränke herstellen kann. Mit Großmeister in Alchemie, deswegen würde ich sie mal behalten. Aber ablagern im Gasthaus bei einem anderen Charakter. So. Das heißt, die kommen alle mal hierher. Wie gesagt, die wollen wir alle mal behalten. Das Verzaubern, das werde ich ein anderes Mal machen. Ei, 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 da müssen wir wirklich viel ablegen hier. So. Ja. Und wie gesagt, da schauen wir mal, ob wir das nicht irgendwann verzaubern können. Aber das mache ich, Verzauberungen mache ich dann in der Pause. So, wie sieht es denn bei dir aus? Ah, Jemini. Ich weiß es nicht. Die Schriftrollen, die können hier noch verkauft werden. Ich wünschte, ich wüsste es. Das können wir gebrauchen. Feuerresistenz. Das kann weg. Erdresistenz. Feuchtverjagen kann weg. Die hier können noch hier runter. Ähm. Das könnten wir gebrauchen. Ich glaube, der ist zu billig. Ist mir unbekannt. Der muss identifiziert werden. Ich bin nicht sicher. Und die Ringe müssen auch identifiziert werden. Alles klar. So, was hast du denn sonst noch hier? Ja, das hier kann in dem Laden verkauft werden. Das kann in dem Laden verkauft werden. Die Reagenz hier, die würde ich gerne aufheben. Das hier kann, glaube ich, auch hier verkauft werden. Genau wie da Helm. Die Umhänge natürlich. Die Umhänge natürlich. Und das hier. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Das kann alles hier noch angeschaut werden. Und je nachdem verkauft werden. Hoppla. Ja, langsam wird es hier auch ein bisschen eng wieder. Schicksal und Verlangsamen können wir, glaube ich, auch verkaufen. Ja, das dauert halt alles seine Zeit, bis wir das alles mal hier richtig fertig haben. So, erstmal verkaufen. Das kann verkauft werden. Die können verkauft werden. Die ganzen Schriftrollen. Die Dings hier können wir verkaufen. Die wollten wir verkaufen. Den Ring geht natürlich nicht. So, dann schauen wir mal. Identifizieren. Was haben wir? Hoppla. Ich muss das natürlich auch noch anklicken. So. Halber Schaden durch Fernkampf. Angriffe kann eigentlich weg. Magiestab des Blitzes kann eigentlich weg. Den wollen wir uns mal anschauen. Rüstungshelm 10. Das müsste ich mir auch mal anschauen. Anschuh 8. Müsste ich mir auch anschauen. Ring. Der kann verzaubert werden. Schwere Zauber. Schwere Zauber. Schwere Zauber. Das ist auf jeden Fall ein Großmeister-Dings, glaube ich. Schwere Zauber ist Erdzauber. Okay, aber das war eigentlich klar. Ich glaube, den Verkauf mal Erdzauber will ich eigentlich nicht auf Großmeister bringen. Das ist, glaube ich, ein Angriffszauber. Eigentlich aber auch kein schlechter. Ah, nee, ich glaube, ich verkaufe nicht. Das Ding ist ja schon relativ teuer. Das behalten wir auch mal und lagern es bei einem Charakter unter. Verzaubern haben wir schon. Richtig, ja. Das heißt, der kann auf jeden Fall verkauft werden. Umhang plus 9. Umhang plus 5. Okay. Da müsste ich jetzt nochmal nachschauen, was Sache ist. Helm plus 10. Dann verkauf, äh, machen wir das so. Oh, ho, ho. Nee, ich glaube, das lasse ich lieber so. Ho, ho, ho. Äh, plus 6. Plus 8. Du kannst keinen ansehen. Plus 6. Weißt du was? Dann kriegst du diesen Helm. Und der hier kann verkauft werden. Gut. Ring, der kann noch versucht werden zu verzaubern. Rüstung plus 8. Ja, da haben wir aber ein schönes Verzauberung drauf. Da haben wir schon plus 8 drauf. Hm. Weißt du was? Dann kriegst du das, das... Auf dieses ein bisschen Intellekt können wir verzichten. Aber, hä? Plus 8. Warum mach ich da jetzt nicht den hier drauf? Ein plus 10. Das ist doch noch besser. Und da haben wir schon 11. Das... Nee, halt. Aber da haben wir 5. 5 auf Stärke und Ausdauer noch drauf. Das ist 8. Aber da haben wir halt die Rüstungsgleichs noch drauf. Das heißt, das wäre plus 11. Das bringt uns gerade nichts. Dann haben wir hier noch eine Reagenz hier. So, das kann verkauft werden. Der Stab muss, glaube ich... Das könnten wir gebrauchen. Kann auch verkauft werden. Ah, ja. Den will ich mir aufheben. Die Ringe sind zum Verzaubern da. Verbrennen kann verkauft werden, denke ich. So. Jetzt die Umhänge. Rüstung 5. Erd Resistenz. Da nehmen wir, glaube ich, lieber so einen rein. Hoho, das sieht ja krass aus. Rüstung 3. Da kriegst du auch... Dann kriegst du den hier. Du hast auch Rüstung 3. Dann kriegst du den hier. Genau, und das war's. So. Bogen. Wir sollten erst mal das andere Zeug noch fertig machen. Du warst aber fertig mit Dings. Ich weiß es nicht. Dann haben wir hier noch ein Amulett. Hier noch eins. Hier noch eins. Das muss hier noch identifiziert werden. Das ist alles sonst nichts. Das ist zum Identifizieren. Das könnten wir gebrauchen. Die können verkauft werden. Helm plus 8. Hatten wir da irgendwo noch Helm plus 8. Das war Helm plus 6. Ja. Dann kriegst du diesen Helm. Und der wird verkauft. Okay. Ich bin mir nicht sicher. Das könnten wir gebrauchen. Geistresistenz. Hat Rüstungsklasse. Du hast noch gar nichts. Geistresistenz 4. Dann kriegst du den hier mal rein. Das könnten wir gebrauchen. Feuerresistenz plus 2 nur. Plus 8. Ist mir unbekannt. Unbekannt. Äh. Äh. Dann kriegst du den hier noch rein. Du hast schon einen. Bei dir fehlt auch noch einer. Das könnten wir gebrauchen. Das ist Dings. Das ist auch einer. Ist mir unbekannt. Der muss identifiziert werden. Verzaubern. Ja. So langsam wird es echt eng. Ich muss echt mal ans Verzaubern gehen. So. Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Dann können wir verkaufen. Weg. Weg. Äh. Weg. Identifizieren. Das. 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 Und das. Effekt aller Luftzauber. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Ah. Luftzauber. Erhöht den Effekt aller Luftzauber. Wenn wir da noch einen Blitzstrahl hätten. Oder irgend so was. Wie fliegen irgendwann. Da werden andere besser. Da werden andere besser. Ich weiß nicht so recht. Luftzauber ist zwar nicht so schlecht. Aber. Aber auch jetzt nicht so gut. Ne. Wir verkaufen den. Komm. Bin mal zu frei. Und der wird wieder ver... Verdingst. Okay. Dann sind wir hier erst einmal fertig. Ihr seid hier immer gerne gesehen. Dann können wir nochmal zum Schmied gehen. Aber ihr wisst warum ich das eigentlich alleine machen wollte in der Pause. Das dauert so ewig lang bis wir damit mal fertig sind. So. Waffen. Wie sieht es denn aus? Ich wünschte, ich wüsste es. Ich bin mir nicht sicher. Kann nicht identifiziert werden. So. Genau. Ein Bogen. 5d2 plus 4. 5d2 plus 4. Das könnte hier tatsächlich sogar ein ganz kleines bisschen besser sein als das, was du hier hast. Ja. Passt. Okay. Ähm. Ich weiß es nicht. Der Bogen hier. Das könnten wir gebrauchen. Ist schlechter. Kann verkauft werden. Die zwei Schwerter. Das könnten wir gebrauchen. Einer zum Verkaufen. Einer zum Identifizieren. Ähm. Die Armbrüste noch. Und ich glaube, das war's dann. Das könnten wir gebrauchen. Der kann verkauft werden. Der hier. Äh. 4d2 plus 5. Hm. Hallo. 4d2 plus 5 ist es selber. Ist es selber. Ja. Kann auch verkauft werden. So. Ich glaube, das waren das dann mit allen Waffen. Was wünscht ihr? Oh. Moment. Der verschwendet. Wir machen Glanz natürlich noch rein. Ein bisschen bringt's ja was. Nicht viel. Aber ein bisschen. So. Identifizieren. Das hier und das hier. Verkaufen. Der hier. Die hier. Und. Der hier. Und da müssen wir mal schauen. Was haben wir denn da? Also ein plus 12 haben wir hier. Könnte besser sein als der hier. Und du hast ja auch noch einen. Auch noch mal ein plus 12. Das heißt, der kann auf jeden Fall weg. Und der hier. Wenn wir das hier machen. Oh ja. Das bringt's. Das bringt's. Was wünscht ihr? So. Dann nächste Runde. Wir gehen hierher. Du solltest jetzt noch. Ich weiß es nicht. Die kann verkauft werden. Das könnten wir gebrauchen. Der kann verkauft werden. Ist mir unbekannt. Ich bin mir nicht sicher. So. Und der natürlich noch. Ist mir unbekannt. Aber ich glaub, das war's dann auch. Das sind ja diese Naga-Dinger. Die müssten wir, glaub ich, in Rabenbucht abgeben können. So. Identifizieren. Verkaufen. Der hier. Die kann man auf jeden Fall verkaufen. Kettenpanzer-Ding. Rüstung plus 12. Das sieht gut aus. Rüstung plus 12. Das kannst du, glaub ich, benutzen. Du hast ja noch ein plus 8. Ja, irgendwann werde ich auch noch mal das ganze Zeug versuchen zu, ähm, das war's. Zu, ähm, zu Dingsen. Ah, wie heißt's? Zu verzaubern. So. Erze, Rüstungen. Dann gehen wir da hin und dann verkaufen wir das ganze Zeug noch. Und dann sind wir soweit, dass wir, welcher Tag ist denn? Donnerstag ist. Müsste ich noch mal nachschauen, ob wir schon... Äh, wo war denn der mit der Rüstungen? Hier war der. Ja. Ah. So, die können alle verkauft werden. Erst noch identifizieren, dass es wenigstens noch ein bisschen mehr Geld gibt. Ist mir unbekannt. Ja, 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 ich weiß ja, ich weiß ja. Das könnten wir gebrauchen. So. Und die drei da noch. Das könnten wir gebrauchen. Es ist nichtig. Oh, das konntest du sogar. Alles klar. Dann verkaufen wir die, dann ist unser Handelszeug und alles fertig. Ein bisschen verbessert haben wir unsere Ausrüstung. Nicht viel, aber ein bisschen. So. Kommt herein. Verkaufen bitte. Alles weg. Gibt Geld. So. Dann sind wir fertig. Dann schaue ich mal, äh, wo habe ich meinen Zettel hin? Ähm. Donnerstag geht's, glaube ich. Ah, doch. Nee. Doch. Mit dem Schiff müssten wir, glaube ich, fahren können. Nach Habenbucht. So, vier Tage. Naja, ein Tag weniger, als, ähm, als wir mal zu Fuß gegangen wären. Nicht ganz so toll. Hm. Aber, ansonsten hätten wir eh noch relativ lange warten müssen. So. Rabenbucht. Da wollte ich doch auch was schauen. Da habe ich doch eigentlich gesehen gehabt, dass wir irgendwo Axt hätten zum Meister Axt. Da ist es doch. Das wollen wir doch gleich mal machen. Dann kann ich das nämlich auch schon mal abhaken. Und ich muss mal schauen, wo wir, zu wem wir genau nochmal gehen müssen. Für die eine Quest. Meister Axt. Bitteschön. Fünftausend Goldstücke. Wow. Aber, ja. Immerhin, du bist jetzt Meister in der Axt. Das heißt, äh, Fertigkeit wird zum Angriffsschaden hinzugefügt. Und das ist doch gar nicht mal so schlecht. Dann machen wir jetzt auch schon wieder ein bisschen mehr. Kann ich aus meiner Liste mal abhaken. Dann, so, das war Garotten-Schluck. Das weiß ich noch nicht. Das können wir noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Und die habe ich noch nicht nachgeschaut. Äh. Okay, da muss ich mal ganz kurz in meiner Liste nachschauen. Das habe ich natürlich noch nicht getan. So, Kette hatten wir. Kette schon gefunden. Kette Großmeister. Nein, haben wir noch nicht gefunden. So, Meister. Seeler. Das war, wenn ich es richtig sehe. Auch hier. Kommen wir aber auch noch nicht hin. Wer könnten wir weitermachen? Ah. Das ist auf der Dolchwundeninsel. Da will ich sowieso hingehen. Das passt. Da wollen wir eh demnächst noch mal hingehen. Okay. Das weiß ich auch noch nicht. Feuermeister. Das müsste hier sein. Genau. Feuermeister. Das müsste hier irgendwo sein. Das eine habe ich mich nämlich noch dran. Meister Bogen. Meister Bogen. Experte Lichtmagie. Stabkette. Oder täusche ich mich jetzt gerade? Meister Dolch. Das war Großmeister. Feuer. Ne, das war ja Experte. Hä? War es doch nicht hier? Moment. Also nochmal nachschauen. Feuer. Ich dachte das... Ach ne, das war glaube ich in Alva, oder? Ja, das war in Alva. Mist. Okay. Das ist in Alva. So, sehen wir jetzt hier zufälligerweise, wo wir hinmüssen. Dervis Landhaus. Das ist in dem Ogre. Moment, wie hieß der jetzt nochmal? Ich muss nochmal nachschauen. Wie hießen der jetzt nochmal? Ähm. Ba-ba-ba-bap. Äh, wo ist es denn? Äh, der... Der... Derfisch-Schefron. Derfisch-Schefron. Ich glaube, den hatten wir hier noch nicht. Derfisch-Schefron. Hatten wir den nicht schon mal gesehen? War der sogar hier in der Gilde? In der Händler-Gilde? Arius, Herberge. Da ist auch noch Herberge. Deer Hunters. Gilde das selbst? Kopfgeldjäger. Ach, Jemine. Wo ist denn der? Hathound? Down Clever Sal? Ja, das ist manchmal nicht ganz so zu finden. Ich bin nicht sicher. War das in dieser Gilde drin? Dass wir mit denen schon geredet haben? Ich konnte mir den einen Namen nicht merken. Gehen wir mal ganz kurz zur Gilde. Ich bin mir echt unsicher jetzt. Keiner besteht die Herausforderung. Ähm... Gehen wir mal ganz kurz in der Gilde vorbei. Aber irgendwo muss der hier sein. Frage war nur, wo genau? Äh... Da können wir nur reingehen. Waren wir da überhaupt schon drin gewesen? Hm. Nein, da waren wir noch gar nicht drin. Höhö. Ah, hier ist der Elgar Fellmon. Mit dem haben wir ja eigentlich schon geredet gehabt. Der stand, glaube ich, die ganze Zeit an der Tür. Und, äh... Jetzt ist er hier drinnen. Okay. Oh. Jetzt haben wir ein Daffer eines. Okay, wir haben noch irgendetwas Schönes gefunden. Oh. Leer. 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 Oh, da geht's auch noch mal hoch. Ach, und da können wir es wieder verlassen. Okay. Ne. Alles klar. Ich glaube, ich schaue mal, ob ich den noch irgendwo hier finde. Und dann würde ich sagen... Ähm... Beenden wir mal die Folge. War halt eine nächste Folge mit viel Verkaufen und viel Micromanagement. Aber gut. Dann schaue ich mal, ob ich den Typ irgendwo noch finde. Und dann geht's, denke ich, zur Dolchbundeninsel. Da können wir Speer auf jeden Fall auf Großmeister anscheinend werden. Waffenmeister können wir auf Experte werden. Und je nachdem können wir dann noch eine Quest zu Ende kriegen, die wir brauchen für die Beförderung. Ich glaube, von unseren Magier. Gut. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Und äh... Tschüss.